Timon ist heute bei mir. Wir werden einfach unsere Scooter für den ganzen Tag tauschen. Timon, hier hast du meinen Roller. Wir machen ihn einfach nicht kaputt. Hier hast du meinen. Ja, danke. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil Timon shredd komplett die ganzen Parkbereiche. Und ich hoffe, dass mein Roller das durchhält. Herzlich willkommen, Leute. Ich hoffe, ihr geht es mit wieder guter Daten mitgebracht. Timon ist heute auch seit langem wieder am Start. Der deutsche Meister. Wir sind hier in der Sketchup-Paysages-Gate-Halle. Und wir machen einfach mal so mäßig wie so ein kleines Calling-Shots. Ihr wisst, ich kann heute so gut fahren. Ich labere nicht drum rum. Wir fangen straight an mit dem Video. Erster Trick für dich. Okay, da, Resi. Ja, schön, dass 3-60. Okay, ja, ich versuche mal. Ich habe noch gar kein 3-60 gemacht, seitdem mein Fuß kaputt ist. Aber es geht mein Bestes. Ich habe jetzt auch endlich mal wieder einen Helm auf, weil es geht langsam ein bisschen voran. 3-60, Resi. Also nicht über die Resi, aber Flyout geht easy, klar. Ich weiß nicht, ob man das so richtig erkennen kann, aber das Ding ist eine miese Street-Maschine. Aber dafür verdammt leicht. Versuche ich mal mein Bestes auch ein paar Parktricks zu machen. Street will ich sehr gerne, aber dann habe ich wirklich Angst, dass ich mich hier irgendwie packe. Jetzt aber 3-60. Ich glaube, der wird First Try, aber trotzdem sehr großartig für mich. Beim letzten Video habe ich einfach erst Whip-Bar gelernt wieder. Fang langsam an, aber steigern uns mal ein bisschen mehr. Oh, mein Gott. Timon, ich bin dir ehrlich, es ist sehr ungewohnt, mit deinem Roller zu fahren, weil er voll hoch ist. Und vor allem, ich glaube, du hast noch keine Kiran-Wheels, ne? Das glaube ich auch nicht. Wo kriege ich die? Digga, die kannst du dir gleich abholen, wenn du willst. Also, falls ihr auch Bock habt auf die Wheels, erste Deck der Videobeschreibung. Jetzt aber, Timon, mit dem Call habe ich richtig, richtig Bock, was zu sehen von dir. Und zwar Kickliss Rewind. Such dir aus, wo? Ich möchte ein Kickliss von dir sehen. Aber hau nochmal ganz kurz raus, wo willst du es machen? Weiß ich nicht, ja, am liebsten wären wir eigentlich die Rezzi. Weil, Leute, Kickliss überhaupt nicht meins. Obwohl, komm, lass einfach Holzbocken machen, oder? Du willst Holzbocken machen? Ja, komm, lass einfach Holzbocken machen. Okay, hau raus, dann. Für die Leute, die Timon nicht kennen, er ist einfach nur hauptsächlich Street. Ist aber damals Park gefahren und deswegen sind diese Tricks einfach zu geil, sich anzugucken. Jawoll! Leute, das ist so komisch. Der Schnelllenker ist einfach viel zu klein für mich, weil ich bin es halt gewohnt, dass er komplett hoch ist. Der ist so klein, das ging einfach komplett nach hinten, aber trotzdem. Geil, was soll? Nein, der sah aber gut aus. Boah, weiß ich nicht. Aber das ist ja das Geile daran, dass du einfach einen komplett kleinen Roller fährst, im Gegensatz zu dem, was du eigentlich fährst. Auf jeden Fall, ja. Aber es ist eine gute Abwechslung, mal einfach wieder so Back to the Root zu haben, so einen kleineren Park-Scooter. Ist schon lustig, aber jetzt will ich was von dir wiedersehen. So, Kira, ich weiß, ja, Probleme mit dem Knie hast du, aber ich will trotzdem was sehen. Wir stehen nämlich schon drauf. Das ist ein Bar-Spin über die Rezzi jetzt. Ja, du meinst nicht ernst, über die Rezzi komplett springen, ja? Ja, also ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, ob ich es hinbekommen werde, aber wir hollen mal nicht rum. Ich ziehe es durch, ich meine, Transfer ist jetzt nicht schwer, aber tut natürlich für mich ein bisschen mehr weh. Trotzdem ziehe ich es durch für euch. Bar-Spin war es, ja? Bar-Spin. Bar-Spin, mal gucken. Also Timon, ich muss dir echt sagen, der Roller lässt sich wirklich gut fahren, aber es ist viel zu hoch für mich. Und viel zu breit auch. Aber mit einem kompletten Street-Setup, Park-Trick machen, kriegen wir hin. Oh nein! Ich habe mich so viel zu dolle einfach auf diesen Transfer konzentriert, dass ich den Bar-Spin vergessen habe. Jetzt machen wir den aber. Sehr schön, Noah! Dein Lenker ist Stahl, ne? Der ist Stahl, aber... Ja, aber der ist leicht, aber man merkt es doll. Also muss ich echt sagen, im Gegensatz zu Titan, aber lässt sich trotzdem nice fahren. Jetzt gehen wir trotzdem mal zur nächsten Section, und zwar zur Miniram drüben. Da möchte ich von dir. Du musst einfach komplett heulen, was wir machen werden oder was du machen wirst. Deswegen gehen wir einfach erstmal kurz rüber zur Miniram. Wir sind in der Miniram, da, wo ich jetzt auch hin wollte. Und jetzt nicht zur 180-Quarter-Section, weil ich glaube, das wird sehr ungewohnt sein für dich, Timon. Aber Miniram, ich möchte von dir... Meinst du einen Bride-Flip versuchen einfach mal? Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich... Wir geben Timon mal zwei, drei Trice für den Bride-Flip, weil du machst den Oppo, ne? Ja. Er macht den Oppo, okay. Das wollen wir sehen, natürlich. Miniram ist jetzt auch nicht die allerhöchste, deswegen wird den Bride-Flip, aber... Na okay, mit dem Roller wird das, glaube ich, gehen. Eher als mit deinem, oder? Weiß ich nicht. Liga, versuch einfach mal, ich möchte es einfach sehen. Ich meine, wenn er nicht gestanden ist, dann ist es halt so, aber ich kenne ihn. Er wird ihn halt so lange machen, bis er ihn schafft. Was? Du rei, Liga, was? Diga, aber guck mal, du bist drauf gelandet. Ja, toll. Das sah einfach so schmerzhaft aus. Aber machst du ihn nochmal? Natürlich. Natürlich. Siehst du, das meine ich? Warum heulen aber dann First Try machen? Das sind genau wie die Leute, die immer sagen von der Arbeit, oh, ich glaube, ich habe eine sechstenschreibende Eins. Genau so einer bist du. Second Try, let's go. Gecatcht sogar! Oha! Alter, ich werde noch zum Parkbeast, Alter. Normal, Diga. Aber jetzt, wenn wir schon mal hier sind, call du mir mal bitte was. So, ich hätte eher Bock auf so Stalltricks oder irgendwelche Grind-Kombos, aber hier rutscht das nicht so, aber ich kreue mich einfach auf irgendwas. Alles klar, ich habe dich vorhin schon im Park ein bisschen rumfahren sehen. Und zwar habe ich dich im Blunt machen sehen. Den machst du nämlich Frontside. Den will ich auf jeden Fall von dir auch sehen, weil mit meinem Deck klappt das nämlich sehr, sehr gut. Danach, je nachdem, ob du Bock drauf hast, so ein 270, 250, 50, irgendwie so kriegst du das hin? Bitte, was? Ja, irgendwie so 270, dann 50 oder so. Digga, du hast es bei mir auf Instagram bestimmt gesehen, auf den Story oder so. Nein! Nein! Okay, ja, also ich bin dir ehrlich, der ist sehr schwer für mich, aber weil dein Deck ein bisschen breiter ist, soll ich das vielleicht möglich sein, aber geht klar, oder? Geht klar. Also, Mausten, ja. Oh, nee, der zähl nicht. Wir machen den nochmal ein bisschen schöner. Oh mein Gott, der wird schwer jetzt. MTCB! Alter! Ja, weißt du, Alter! Richtig gut! Okay, ich bin dir ehrlich, ich habe den nur einmal in meinem Leben gemacht und jetzt gerade der first try. Alter, richtig gut! Ich will wieder weg, Digga, ich will wieder weg! Okay, ich würde sagen, Timon, weil es jetzt so geil war, gehen wir jetzt erstmal weg, weil man hört immer dann auf, wenn es am schönsten ist. Wir gehen rüber, wieder in den Parkbereich oder Railbereich. Ich lasse mir da ein bisschen was überlegen, was du jetzt machst. Also, hauen wir jetzt wieder ab und gehen wieder rüber. Wir haben jetzt Verstärkung, zwar von Dean und der wollte unbedingt von Timon einen Trick sehen mit meinem Roller. Ja, ich möchte einen 720 von Timon sehen. Den Scooter. Ja. Von Kiran. Ja. Du siehst meinen Scooter. Ich bin blind. Ja, machen wir das. Okay, 720 mit meinem Roller ist, glaube ich, sehr bewöhnungsbedürftig, weil ich bitte den Vergleich mit meinem MNK besser gesagt, wie der Höhenunterschied ist und das macht schon viel aus, wirklich. Wir machen jetzt 720, also beziehungsweise Timon. Oh ja, er heult schon. Digga, was? Hä? Wie konnte er davon wegrollen? Ich war ehrlich, was? Er hat sich voll gut angefühlt mit dem Scooter, ich bin ehrlich. Digga, der war auch komplett clean. Ich dachte erst wirklich, dass du so zur Seite wegrutscht. Aber hast du ja easy hinbekommen? Ja, das ist echt wirklich komplett überrascht von dem Scooter, dass ich damit so gut klarkomme. Also wirklich, das war der erste Versuch einfach. Das hat sich so gut damit angefühlt, also wirklich gar kein Problem, richtig geil. Also wieder Parkgame, ja? Yes, sir. Oh ja. Cool, jetzt musst du mir aber einen Trick holen und ich glaube, ich habe Bock auf einen Curve. Weil wir so ein schönes, breites Deck haben, beziehungsweise du jetzt, und wir da eine geile Curve haben, will ich einen Fifty-Fifty einmal komplett oben rüber und dann den Denk rein. Alter, ich bin dir ehrlich, ich habe den schon damals oft gemacht, auch mit einem sehr schmalen Deck. Ich glaube, das war damals mit einem Striker-Lachs-Deck, das ist wirklich ein Zahnstocher. Aber ich glaube, ich kriege das hin, wenn ich mich packe, heute nicht komplett, weil dann war es das komplett, erst mal in ein paar Wochen wieder, aber, weißt du was, wir ziehen es einfach mal durch. Ja, aber ich glaube, ich hoffe, das rutscht, aber ich glaube schon, wir kriegen es hin, Digga, wir holen nicht rum, wir machen es einfach. Ne, ehrlich, der war jetzt nicht geil gelandet, aber der war first try vom Ding her, oder? War vom Ding her first try, aber ich möchte ihn nochmal clean sehen. Ja, ich wollte gerade sagen, der war noch nicht schön, ich mache den Cleaner. Oh, 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 oh. Natürlich nichts auf andere Sachen schieben, oder auf andere Leute, aber dieses Rail, 100 pro Grad im Weg, wir machen den, alle guten Dinge sind drei. Sehr schön sauber, yo. Ich sag doch, alle guten Dinge sind einfach drei. Immer drei. Was mich nervt, ist tatsächlich hier mein Polster hin. Was ist da denn los? Digga, ich weiß auch nicht, ist einfach abgegangen. Gut, T1, du bist dran, ich möchte von dir wieder was Cooles sehen, aber diesmal auch Street-Bereich, und zwar das Rail. Ich möchte mal von dir, das wird echt wirklich eklig, ein Board-Lip-Tail-Whip am Rail machen, so dass wir es am Rail sehen. Mal gucken, ob das klappt, und Leute, ihr schreibt nochmal in die Kommentare, ob mir jetzt der Roller zum Beispiel besser steht, oder ob T1, der andere Roller besser steht. Jetzt die Kommentare, was besser aussieht, und wie es halt vom Style aussieht, aber jetzt erst mal T1, ja, Backboard-Lip-Tail-Whip am Rail, let's go. Ja, ich muss dazu sagen, mein Deck ist jetzt nicht krass gewachsen, ne? Ey, so, das war gar nicht so das Problem, und jetzt habe ich das auf jeden Fall doll gespürt, das ist gut, dann ein bisschen kleiner ist, war überall ein Absprung, und dann bin ich so ein bisschen nach hinten, aber ist kein Problem, ich kriege ihn hin. Komm, nächster ist. Oh, was, Alter! Es ist heute genau das Gleiche, wie bei meinem Fifty-Fifty. Alle guten Dinge sind wie viel? Drei. Let's go, komm, hast du. Und ich sag es doch. Und er ist raus. Okay, Timo hat sich verabschiedet, aber jetzt mache ich noch einen Trick, und danach gucken wir einfach mal, was Timo mir vor allem callen möchte. Timo ist sehr sketchy, aber ist okay, keinem mit Leben. Hat aber keinen Spaß gemacht, wahrscheinlich, ne? Glaube ich. Geran, ich kenne dich jetzt schon sehr lange. Ja? Ich kenne deine Insta-Clips. Ja? Ich weiß, was du am Tag kannst. Ja? Und jetzt will ich den Futscham von dir sehen, mit meinem Scooter an dieser Box. Mit Futscham? An der Box? Ja. Äh, ja, okay. Also bin ich ehrlich, habe ich ewig nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Auf jeden Fall easy, vier Monate her, aber... Hing hin. Pause drauf. Pause drauf. Wir machen den jetzt. Oh ja. Ich schwöre dir, mit deinem Deck war das wirklich so dolle, dass ich mit dem Fuß hängen geblieben bin. Ich bin in dieser Hatshube hängen geblieben. Ich hatte kurz Angst. Ich auch komplett, weil so zu laufen, ist eigentlich Feierabend. Ich habe es aber relativ gut abgehangen. Abgehangen? Abgefangen. Deswegen machen wir den jetzt noch einmal. Gruselig. Jetzt war besser auch, mein Gott. Ich bin dir ehrlich, ich bin schon wieder stecken geblieben. Wirklich, es war wirklich gruselig. Also mit deinem Deck, ungerne. Lieber mit meinem Deck, da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Aber jetzt, Timon, nächster Trick. Ich möchte was cooles sehen. Du hast nämlich gerade hier diese Rampen ausgesucht. Einfach diese Holzbox. Ich möchte nämlich auch einen Trick an der Holzbox sehen. Nicht über die Holzbox, so wie der Kick ist. Der war wunderschön, aber jetzt ein... Oh nee, das ist ja OPPO für dich. Egal, wir machen es trotzdem. 270 Flip von der Quarter in die Resi-Landung. Von da? Ja. Ich meine, du hast einen kleineren Lenker, das heißt, du kannst dich kleiner tacken. Aber eklig, ich weiß, eklig, aber ich möchte ihn jetzt sehen. Digga, first try, alter. Was ist denn hier los, ey? Hättest du es gedacht, dass der first try wird? Ich habe nichts verstanden, aber ich glaube, er wollte seine Camp holen. Du hast gedacht, dass der first try ist? Wirklich überhaupt nicht. In der Luft, so mit dem kompletten Fuck, ist das guter Kleiner. Und dann noch einmal so, ey, das ist doch geil, alter. Leute, ich würde sagen, das war's für die Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt natürlich auch gerne Timon ab. Er ist nämlich jetzt auch wieder aktiv auf YouTube. Auf jeden Fall in die Kommentare, Hashtag Kiran rein, damit ich weiß, dass ihr von dem Video kommt. Und ich würde sagen, Timon, willst du noch was sagen? Nein? Peace, Leute.